Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich hab mir gedacht, das machen jetzt so viele Leute Minecraft Let's Plays. Ich wollte auch mal ein Let's Play machen. Ja, wie gesagt, über Minecraft, wie man es hier schon sieht. So, ich mach, denke ich mal, eine neue Welt. Ohne Cheats, natürlich. Sonst ist es ja langweilig, um mich schon ankotzt immer Holz zu holen. Aber naja, ich denke, das interessiert jetzt eh keinen. Oh, jetzt bin ich in den Sand gelandet. Toll. Normalerweise lande ich immer zwischen ganz vielen Bäumen. Oh, Schwein ist auf dem Berg. Ja. So, da oben. So. Ich hab schon den ersten Baum. Ich denk mal, ich hol mir erstmal ganz viele Holzblöcke. Dann baue ich mir ein schönes Haus. Dass ich dann weiter Ausbau nach oben oder nach unten, wie auch immer. Auf der anderen Seite. Ich fang immer an mit so einem ganz kleinen Haus. Ja. Die bilden sich dann immer bei mir zu Wolkenkratzen. Ah, und ich liebe Wolle. Wolle ist einfach nur geil. So volle Stockwerke. Wenn du draufläufst, dann macht er so ganz lustige Geräusche. So ganz weich fühlt sich das dann immer an. Ich will jetzt irgendwie nicht träumen davon, aber das mach ich auf jeden Fall noch. Wohl voll durchschwert zu kriegen ist. So. Der nächste Baum. Hier ist aber ganz schön viel abgestorben, ey. Oh, das ist eine Mine. Blablabla. Bauen, bauen, bauen. Also Einstellungen sind auf Peace Pool, wie immer, denke ich. Ich hab ein anderes Texture Pack. Ich muss das mal lernen auszusprechen. Ja, wenn ihr das haben wollt, oder wissen wollt, was es ist, ich kann's euch sagen. Das muss ich aber dann lange suchen. Könnte ein bisschen dauern. Deswegen mach ich es auch nicht gleich hin. Weil das eh kein Schwein interessiert und das eh hier kein Mensch anschaut. Was ich hier für einen Scheiß mach, weil das eh jeder macht. Oh. Riesenkrater. Ich denk, ich boll an hier mein Haus hin. Ja, das ist schön. Oh, da ist Lava. Lava, Lava, Lava. So. Ich lass immer hier so einen Holzklotz unten. Damit ich mich dann da draufstellen kann, falls der Baum ein bisschen zu hoch ist, damit ich noch höher komme und die ganzen Baumstörbe abreißen kann. Das ist schlau, finde ich. Naja. Bei der älteren Version sind, glaube ich, die Bäume nicht zerfallen, oder? Die zerfallen doch jetzt, oder? Ja. Die zerfallen. So, ich hab 16 Stück. Damit krieg ich nicht viel hin. Oh, brauch ich noch mehr. Ach, der einzige Baum da oben. Also Lava. Bin hier gar nicht schön in, äh, im Ödland. Ausgehauen. Oh, da sind ganz viele Bäume. Könnte man gute Häuser machen, äh, mit Brücken, verbinden. Sieht ja bestimmt gut aus. Hm. Vielleicht mach ich das ja. Mal schauen. Ach, Kühe. Die Tiere sind so niedlich. Oh. Ja, aber die Mohnen immerhin das Ohr zu. Oder... Grunzen. Naja, Schweine grunzen überhaupt. Ach, keine Ahnung. Aber Hühner gackern, das weiß ich. Oh, doch. Ich glaub, Schweine grunzen. Oder? Hm. Egal. Stirb, Kuh, stirb. Haha. Tsch, tsch, tsch. Ich hab's mal lustig, dass die irgendwie rot werden dann. Hm. Naja, wie soll man das sonst markieren? Ja, jetzt fehlt mir grad sowas ein. Hier könnte was noch eingebaut werden irgendwie. Das ist so ne Waffe oder sowas. Ich mein so ne Schießpistole, oder wie man das dann schießt, äh, ja, Maschinengewerde, so. Dass man sich dann selbst kroften kann. Das wäre doch lustig. Kann man die irgendwie abschießen, die Schafe und so. Ja, Maito vor dich hin, meine Wolle. Ha. Stirb. Tsch, tsch. Ah, tsch. Tsch. Jumpstyle. Dumm, 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 dumm. Oh, ganz viele Bäume. Sehr schön. So, wie hoch ist es so, ganz geht so. dann komme ich noch hin das könnte jetzt ein bisschen dauern bis ich das alles habe ich denke ich mache noch einen Baum jetzt und dann brauche ich ein Haus obwohl das sowieso nicht reichen wird das Holz das sehe ich dann halt mal ein ganz kleines Haus ein mini Haus wo ich vielleicht nur gerade drin stehen kann ach ja ich denke das reicht jetzt erstmal fürs erste so und bauen wir mal hier ein Haus und das mal hier auch klein denke ich vielleicht 6 auf 6 ja 6 auf 6 ok mal gucken 1 2 3 4 5 6 6 7 8 so also mit 6 auf 6 mache ich den Innenraum weil wir ein bisschen DM nicht 6 auf 6 ich glaube da passt gar nichts rein aber da 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 hätte ich jetzt so ne Schaufel so 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 6 7 8 10 10 11 10 10 10 11 11 12 13 15 sechs sieben das ist es vor allem nicht tun sie sind und verarbeitet gleich 64 60 ich denke das reicht es für so ganz kleines Haus wie gesagt 1 2 5 6 7 6 6 7 8 die 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 hin? Wo tue ich die Tür hin? Tür, 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 wo tue ich die hin? Ich könnte sie da hintun. Dann brauche ich aber einen kleinen Steg. Dann weiß ich, dass du die Tür hinkommst. Ups. Tumas, als ob das geplant wäre. So. Okay. Ich denke, wir sind jetzt drei. Drei ist gerade so ausreichend, ja. Ich glaube, ich brauche noch mehr Holz. So, wie groß ist es jetzt? Oh, da könnte ich gerade noch drunter stehen. Aber ich hasse das, wenn da gerade noch so drunter stehen könnte. Oh. So. Machen wir das mal weg. Ja. Ein Haus bauen. Ich finde es immer lustig, so im Kreis zu laufen, um dann das Haus zu bauen. Aber was ich hasse, ist einfach nur das Dach. Ich hasse das Dach. Ich weiß nicht, warum, aber ich mag es einfach nicht, das zu bauen, weil es ist einfach nur so, ich weiß nicht, dämlich vielleicht. Keine Ahnung, was ich da nicht mag. So, da kommt dann eine Leiter hin, denke ich, für den zweiten Stock. Mag hier ich schon mal. So, jetzt habe ich wieder kein Holz, natürlich, wie immer. Ja, oh, das ist ein etwas größerer Baum. So, den nehmen wir auch gleich. Na, ich brauche nicht mehr viel Holz, das cutte ich jetzt nicht. Das müsst ihr euch, das müsst ihr jetzt ertragen. Oh, eine Miene. Ach, deswegen heißt das Spiel, glaube ich, auch Minecraft. Uh. So. Hätte man jetzt eine Axt. Ach, ein Schaf. Wolle, 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 Wolle. Wee. Ich liebe Wolle. Ich glaube, ich sammle in dem ganzen Spiel jetzt so viel Wolle ein. Bis ich irgendwann da noch einen Stock wegbauen kann, dass das Wolle ist. Mal schauen. So, sieben Stück. Ob das reicht. So. Na, 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 na. 28 Stück, ja, das Ding, das reicht, das reicht. Das ist kein Problem. So, mal schauen. So, da wollten wir eine Leiter hin tun. So, als wird es wieder Nacht. Oh, die Sterne. Und das. So, so, da kommt einer Leiter hin. Jetzt boah jetzt mal ein Crofting Table. Oder Bench. Ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Ich nenn's manchmal Bench, manchmal Crofting Table. Aber nur, weil es da steht. Ansonsten Bench. So. Oh, fünf Stück. Was kriege ich damit hin? Eigentlich gar nichts. Ein paar Stücke vielleicht. Für eine Leiter reicht das auch nicht. Noch für eine. Und für eine kleine Leiter. Super. Ich hab' ne Leiter. Somit kann ich, glaub' ich, nicht unterhoch klettern. Nää. So, wirst ich nicht mal mit springen, schau' ich das so. Oh, jetzt. So. Ja, ich denk mal noch ein Baum. Und dann mach' ich auch gleich. Machen wir uns schnell, das ist untergeschoss fertig. Im nächsten Video mach' ich dann das ganze Haus fertig. Und so. In den Folgen, den es welche gibt. Wenn euch das gefällt, was ich hier mach'. Ich hab' mir gedacht. Also, ich hab' mir gedacht, als ich das hier Video gemacht hab', hab' ich mir gedacht, ja. Es machen so viele über Minecraft, Let's Plays und ich hab' noch nie ein Let's Play gemacht, aber Minecraft können nicht machen, weil es hat ja nicht wirklich große Anforderungen, sowas zu machen. Und das macht doch wirklich süchtig. Also, ich spiel' das hier den ganzen Tag, eigentlich. Und ja. Deswegen hab' ich mir gedacht, ich mach' das mal. Äh, und von euch möchte ich gern wissen, ob ihr das mögt, wenn ich das mach'. Oder ob ich's sein lassen soll, mir macht's Spaß. Vielleicht ist mir auch egal, was ihr sagt, und ich mach's weiter und weiter. Aber es schaut sich eh kein Schwein an. So, da, das hab' ich heute geschafft. Und dann rühlt die Lava. Ach, schöner Abend, schöner Abend. Und diese pixelige Aussicht hier von oben. Naja. Und Schweine und Schafe. Naja. So. Mach' ich dann nächstes Mal weiter. So, das war's jetzt erstmal von mir. Nächstes Mal kommt die Tür dran und weiter das Geschoss. Und vielleicht Treppen hier vorne. Hm. Mal schauen. Also, bis dann. Und sagt mir, ob ich das weitermachen soll oder so. Danke fürs Zuschauen. Was eh keiner macht, aber egal. Also. Man sieht sich.